Leute, Mission Impossible 10 vs. 1, shit. Ja Leute, das schaffe ich doch locker noch, ich bin doch der Boss. Wenn ich Spaß, ist es unmöglich mit meinem Equip. 10 vs. 1 ist ja ein Witz. Oh mein Gott, Leute, ich kann es schaffen. Oh, 9 vs. 1 und Bett weg. Oh, jetzt wird getryhardet, oh shit. Vor allem die am Bogen und alles. Scheiße. Jetzt wird es schwer. Oh, Leute. 98 Zuschauer. Komm von Luke, der echt, okay, hi. Oh shit, Leute, das wird spannend. 8. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit Leute, die suchen alle nach mir Oh mein Gott So, es ist halt echt zu hart eigentlich Leute, ich kann leider nicht auf den Chat gerade achten Aber momentan können die Schafe nicht viel machen Das ist halt das Gute Alter, wie die alle oben sind Oh Leute Shit Oh mein Gott, 8 vs 1 ist echt hart Cool Da kommt einer Ah, das ist mir egal Oh mein Gott Geilest Equipment Oh Leute, es sind noch 5 Die haben sich alle umgebracht Ne, ich hab einen getötet What, wie ist der gestorben Den hab ich einmal gehittet oder so irgendwann mal Oh mein shit, ich kann es gewinnen Oh mein fucking Gott Leute Es wird schwer Einer ist da unten Er hat auch ein Eisenschwert Aber gg So So Leute Alter 1 vs 4 Scheiße Das ist krass So Ich suche mal ein paar Schafe Oh shit, da schießt mich einer ab Von wo? Ach da Okay, den muss ich schnell töten Oh shit, der hat Stärke drank Oh rip Oh rip GG GG So Er hat auch Stärke drank Glaub ich Oh shit 1 vs 2 1 vs 1 Oh shit Leute, ich will nicht sagen Dass das ein Highlight Video wird Aber Ich denke Es wird ein Highlight Video So Jetzt schau ich mal Wo der letzte Gegner ist Drüben Okay Der letzte ist in meiner Base Puh Alter Krass So Stärke drank Glaub ich Kostet 7 Dann kann ich Eigentlich nichts mehr Falsch machen Ja Wo ist der? Leute Ich weiß nicht Wo der ist Ist der schon wieder Auf in die Mitte? Oder ist der da irgendwo? Shit, der darf mich halt Nicht irgendwie runterschubsen Mit Knockback Stick Ich will nicht sagen Das ein Highlight Video wird Wird es aber Wo ist er denn? Ich weiß gerade nicht Wo er ist Spoiler mir Ist er in der Mitte? Ja, ist zwar klar Oh man Das hätte mir auch Ein scheiß Schaf Sagen können Aber naja Da ist er Oh mein Gott Okay Da oben auf dem Highway Ist er Oh scheiße Leute Ich habe noch Eine Minute 14 Stärke Ist er jetzt Auf dem Baum Da oben? Ich sehe ihn gerade nicht Da Da unten Scheiße Getroffen 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 10 vs 1 6 10 12 13 14 15 15 16 15